Ja, ich bin der Friedrich Schwärz und ich bin in der Heimatpfade Lehn tätig. Und warum bin ich eigentlich hier? Naja, die Pfarrverbände Lehn und Mühlen und wir befinden uns ja jetzt hier in Lehn. Die leben eine gewisse Gemeinschaft sozusagen vor. Und heute bei diesem ersten Fest hier in Lehn kann man sich nicht nur bei der SPÖ, sondern auch bei anderen Vereinen darüber genauestens informieren. Für mich wünsche ich mir eigentlich, dass ich gesund bleibe und für die anderen, das ich schon angangs gesagt habe, ein mehr Miteinander als wir nebeneinander und gegeneinander. Von der Presse würde ich mir auch was wünschen, wenn ich schon bei Wünschen sein darf. Ich wünsche mir eine faire Berichterstattung, so wie heute zum Beispiel. Lehn ist sehr aktiv geworden, Lehn ist sehr bunt geworden. In Lehn, in dem Stadtteil entsteht etwas. Ja, und jeder kann ja mitmachen und nicht nur immer diese Negativberichte schreiben. Wir müssen mehr positiv denken und nicht uns gegeneinander ausspielen lassen, Inländer gegen Ausländer, sondern mehr Miteinander. Ich bedanke mich.